27-23 gegen Leoben, ja doch, seit wir es deutlich geführt haben, wieder Leoben herangekommen, das nächste Resümee ist einmal gegen, ja, zweiten Sieg jetzt gegen Leoben. Ja, ich glaube, dass es eine schwierige Partie wird, haben wir vorher gewusst, ja, das ist kein leichter Gegner, das ist ein guter Aussteiger, die haben routinierte Spieler drinnen mit Damir und mit Danaskovic, ja, und ich glaube, dass wir uns aber von der ersten Minute reingekämpft haben in die Partie und das eigentlich ganz gut gelöst haben. Es war eine Kampfpartie, das war ein Arbeitssieg, aber das gehört auch dazu zum Handball. Was war für dich vor allem in der zweiten Halbzeit dann ausschlaggebend, dass wir es dann doch noch gedreht haben zu unseren Gunsten mit vier Toren? Ja, ich glaube, dass die Deckung dann in gewissen Phasen sehr gut funktioniert hat und dass der Thomas vorne auch getroffen hat und, ja, im Endeffekt reicht das dann. Was sagst du ganz bescheiden zu deiner Leistung, Man of the Match heute, tolle Leistung? Ja, Torhüter gehört zur Mannschaft, so wie jeder andere auch und so muss ich meine Leistung bringen, wie jeder andere auch. Super, gratuliere. Danke. Danke, ciao.